Just do it! Bitte eine legendäre Buh Karte Denkt ihr dreimal erkannt ist ein guter Start? Ich denk's nicht! Naja Nothing is impossible! Dreimal der Rambock, das ist auf jeden Fall nicht genug 73 mal die Kobolder 22 mal die Muskeltiere Just do it! Nein, oh mein Gott! Oh mein Gott! Vor allem habt ihr den Start gesehen? Oh mein Gott, was ist denn los? Yes, Sir! Das passt auch wie die Faust aufs Auge Das Film ist abgeschmiert Bro Scheiße off Der Boy übertreibt So, 3, 2, 1, let's go! Oh mein Gott, bitte eine Banditin! Nachtext wäre auch geil Aber Funky wäre Katastrophe, Leute! Elektromania! Nice! Aber er hat ihn schon, Leute! Er hat ihn schon so hoch Elektromania ist okay Wir machen jetzt direkt noch eine Landrichest auf, Leute! Let's go! Ich hoffe es wird eine Banditin! Ein Funky wäre miserabel Ein Funky wäre richtig burnig Ein Lava-Rund Aber auch nicht nötig Einfach jetzt schon 5, 4 Turniere offen 4 Turniere offen Und ich werde danach auch noch 2 aufmachen oder sowas Oder eins Leute, hypt euch mal in diesen Stream rein Das wird der krankeste Stream überhaupt 200 Zuschauer Danke für 108 Likes Wir machen jetzt die nächste Legendäre Truhe auf 3, 2, 1, let's go! Nachtext! Bitte! Bruh! Was ist das? Ah, schade Ich konnte es nicht sehen Die Verbindung war so schlecht Oh mein Gott! Ich weiß! Elektromania wäre okay Ich weiß es jetzt gar nicht Egal, Leute Wir machen auf Wir machen auf Epische Karte Legendäre Karte Aus der großen Herausforderungstruhe 3 Siegel Wir machen auf 3 2 1 Und go! Leute, bitte! Friedhof Ist okay Komm, Friedhof nehmen wir mit Auftrotten Let's go, Leute! Alle nach Friedhof 1, 2, 1 Let's go, Leute! Let's go, Leute! Let's go! Let's go, Leute! Let's go! Let's go! Let's go, Leute! Let's go! Let's go, Leute! Let's go! Let's go! Oh mein Gott! Gibt die! Easter! 3! Nachthexe! 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 Wuhu! Leute! Ich schalte da immer die Nachthexe frei! Oh Mann! Ich habe mich verdrückt! Warum wäre ich da noch ein Feuer? Den hätte ich mir auch sparen können! Den hätte ich mir auch sparen können! 3! Reo-Fuck-Gott-Durch! 7 Euro! Sheesh! Ey! Was geht?! Und wenn du hier schon schreibst Cash-Boy you are! Oh ne! Leute! nein übertreibt jetzt nicht was guckt ihn euch an leute guckt ihn euch an warte er ist jetzt auf dem tisch leute und will an die pflanze aber dadurch dass ich ihn beobachte zieht er jetzt so und er weiß dass ich ihn beobachte jetzt macht er nichts jetzt springt er auch wieder runter genau damit er nicht meine pflanze an frisst leute was geht jetzt ja ich wollte eigentlich jetzt ganz normal stream ich weiß oh mein gott niemals 50 euro du bist schnall jetzt doch oh mein gott meinte lange nicht lange nicht schönes was kommt alter doch das ist für mich ich mache auch kein das ist nicht kann Just do it!